Der Gesundheitsminister hat ja an Karneval die kostenlosen Schnelltests ab 1. März versprochen. Nun hat er uns kurz zugerufen, wir sollen uns da was einfallen lassen. Das ist ja unsere Aufgabe im Referat für Blitzideen. Bei unserer Lösung für Jung und Alt wird ein Gesundheitsamt mit der Symbiose aus aller Technik und IT die Schnelltests durchführen, da es ansonsten vielfach bewährt nicht funktionieren wird. Fachpersonal oder du selbst schieben einen Wattetupfer bis zum Anschlag in die Nase und befestigst den Tupfer dann auf dem Faxpapier. Du sendest das Fax an das Testzentrum Halle. Im ersten Testlauf kam dann prompt die Antwort, danke für den Schnelltest und das Muster. Nach Erhalt der Dienstanweisung aus dem Gesundheitsministerium werden wir voraussichtlich bis Anfang Mai schnellstmöglich das Schnelltestergebnis Ihnen zu senden. Bleiben Sie gesund, Ihr Gesundheitsamt.